Ja, hallo, mein Name ist Bernhard Weiß, ich bin von der Band Axis, bin Produzent und Sänger und habe ein eigenes Label namens Fototracks Publishing, habe auch noch einen eigenen Verlag. Ja, und ich sollte ja mal ein bisschen was erzählen, wie es uns gerade so geht als Künstler in dieser Krise, in dieser Corona-Pandemie-Zeit. Ich muss dazu sagen, dass wir das Glück hatten, keine Tournee geplant zu haben, sodass wir mit Axis nur vier, fünf Festivals absagen mussten, beziehungsweise die Festivals wurden abgesagt, wo wir ja, sag ich mal, das Rock-Hard-Festival jetzt nicht spielen können, Alpen, Flair und so weiter. Wir hatten das Glück noch im Januar auf 70.000 Tons of Metal mitspielen zu dürfen, da gab es die Corona-Krise noch nicht. Wir haben noch ein, zwei kleinere Konzerte gemacht und hatten so und so geplant, unsere Platte vorzubereiten. Von daher wären wir jetzt im Studio und hätten so und so Songs geschrieben und keine direkte Einnahme gehabt. So hat uns die Krise jetzt nicht ganz so dramatisch getroffen, aber es sind viele Garagen weggebrochen und von daher fehlt uns schon auch eine Menge Geld jetzt, das wir brauchen, um hier alles am Leben zu halten, auch Miete zu zahlen und so weiter. Wir haben das Glück im Unglück gehabt, insofern auch, dass wir 2006, 2007 Theaterstücke gemacht haben namens Prometheus Brain Project. In diesem Theaterstück haben wir mit dem Landestheater Schwaben in Memmingen ein Stück kreiert, was so ein bisschen die Zukunft der Menschen aufgrund des Prometheus, der den Menschen das Feuer bringt, so mit dem Fortschritt bringt, auf die Bühne versucht zu bringen. Ein bisschen komplex war das Thema und wir haben als Axis dann die Musik dazu geschrieben. Da gab es dann so Resultate, also die Songs, die dabei rauskamen, waren dann so Boats of Hope. Es ging damals darum, dass viele Menschen aus der ganzen Welt an die Grenzen von Europa stoßen werden und die Länder, ich sag mal, aus ihren Krisengebieten heraus wollen und ein besseres Leben haben wollen. Und genau das ist dann auch passiert im Endeffekt. Dann haben wir einen Song geschrieben, der hieß Virus of a Modern Time, wo es darum ging, dass die Menschen selber ein Virus verbreiten auf der Welt und selbst der Virus auch vielleicht sind, durch ihre Massen, durch ihre Menge einfach auf diesem Planeten. Und auch das hat sich jetzt mit Corona-Zeiten auf einmal als wahr erwiesen. Das war also, hätten wir selber nicht gedacht, dass es so dramatisch wird. Und deshalb haben wir uns entschlossen, eben das Album Virus of a Modern Time rauszubringen mit den Songs damals von 2006 vom Theater. Und ja, haben dadurch Glück gehabt, dass wir das jetzt noch ein bisschen kreativ füllen konnten, das Loch. Und auch, wie es jetzt weitergeht mit uns, ist auch ganz schwer zu sagen, weil wir gar nicht wissen, wie lange die ganze Krise dauert. Wir wissen nicht, wann die Festivals wieder stattfinden, wann Massenveranstaltungen wieder stattfinden können. Wir haben am 3. Oktober noch ein Festival in Lünen, im Lukas, was wir noch nicht abgesagt haben, was aufgrund der politischen Lage auch noch nicht abgesagt werden kann. Insofern müssen wir jetzt einfach erstmal abwarten, wie sich die Sache so entwickelt. Wir hoffen natürlich alle, dass wir gesund und munter bleiben. Und das ist, glaube ich, das Wichtigste in der Krise, dass wir hier nicht uns von irgendwelchen Verschwörungstheorien und irgendwelchen Spinnereien, von irgendwelchen Leuten, die im Netz ihre Informationen sich aus irgendwelchen dubiosen Quellen ziehen, verunsichern lassen. Und dass wir, ich sage mal, ein bisschen unser Gehirn einschalten und ein bisschen cool bleiben bei der ganzen Situation. Dramatisch und Panik, das hilft keinem. Hi, ich bin der Bernhard von AXS und ihr hört gerade Ali und Allies bei Oldenburg 1. Hier ist der Song von uns, Virus of a Modern Time. ... ... ... ... Vielen Dank.